hallo und herzlich willkommen zu einem neuen adventskalender video heute wieder der ravensburger adventskalender heute haben wir den 19 dezember und ja ich werde erst mal wieder hier jemand grüßen und zwar einen neuen abonnenten und zwar hier rasenball sport hoffmann vielen dank für den abo hier karsten stahl der hat gestern abonniert und heute noch mal also den werde ich jetzt nicht noch mal grüßen ja also falls du mich abonnieren solltest falls ihr mein kanal gefällt oder so dann wirst du auch gegrüßt und dann sage ich mal machen wir mal türchen nummer 19 auf das ist hier unten also kein puzzle ball heute ich bin mal gespannt was hier drin ist dann öffnen wir es mal ich bin mal gespannt ich halte es mal zu ok ich hol es mal raus ich glaube sonst ist nichts drin also ich sehe es selbst noch nicht also wir machen das türchen hier ab dass wir wissen dass das schon gemacht ist so und wir haben nichts was soll denn das sein was denn das als ob ravensburger was ist das hier also ist auf jeden fall mal ein fuß aber warum für was soll das gut sein ok soll das eine schablone sein oder wieder was könnt ihr mir sagen was das sein soll eine schablone zum malen oder zum zeichnen also ich verstehe da sind denn sind nicht also ravensburger was soll das also das hier mal ganz lächerlich das kommt direkt in den müll was solchen damit jetzt ist mir das andere teil noch runter gefallen naja ok also das war mal gar nichts heute so der markowitschger hat gemeint ich soll am 24 ein puzzle ball zusammen machen aber ohne zeitraffer leider geht das nicht markowitschger weil der 24 ist kein ball ist irgendwas anderes hier drin aber was genau keine ahnung da warten wir mal ab bis zum 24 ja also heute war es echt mau also ravensburger ich weiß nicht was das soll aber ja also türchen nummer 19 ist echt der reinfall ja was sagt ihr denn dazu was was hier drin war schreibt es mal in die kommentare ich bin mal gespannt was ihr schreibt ja dann sag ich mal morgen ist der 20 den seht ihr jetzt schon also bälle kommen jetzt nur noch drei stück drei bälle noch dann hier unten das 24 türchen und hier oben kommt auch noch ein 23 also da bin ich mal echt gespannt was da drin ist ja falls euch dieses video gefallen hat gibt ordentlich ein däumchen nach oben und falls du noch kein abonnent bist und dir mein kanal gefällt kannst du ihn kostenlos abonnieren ja dann sag ich mal bis morgen und ciao ciao